Taskbar mit einer Textur versehen Wenn Ihnen die Taskbar von Windows 7 zu langweilig ist, kein Problem. Mit dem Taskbar Texturizer lässt sie sich mit einer Textur versehen und somit optisch deutlich aufwerten. Öffnen Sie in Ihrem Browser folgende Website. Auf der rechten Seite finden Sie eine Download-Schaltfläche. Klicken Sie darauf. Ist der Download abgeschlossen, führen Sie die Exe-Datei aus, um das Tool zu starten. Es bietet einige Möglichkeiten, die Taskbar visuell zu verändern. Um weitere Texturen zu laden, klicken Sie zum Beispiel auf die ausgewählte Textur. Mit dem Regler darunter stellt man den Transparenzgrad der Textur ein. Weiter links finden Sie noch drei Optionen, mit denen Sie einstellen, ob die Textur transparent sein soll und ob das Programm beim Hochfahren automatisch starten soll. Letztendlich bestimmen Sie noch, ob auch das Startmenü mit einbezogen werden soll. Die Schaltfläche Restore stellt die Standardeinstellungen wieder her und mit Z-Texture wenden Sie schließlich Ihre Texturen auf die Taskbar an. So einfach geht's. Um das Tool zu schließen, klicken Sie einfach auf Exit.